Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? Fini, wach auf! Hey, da bist du ja ... Nein, nein, ich lausche hier ein kleiner Flummi. Na komm. Guck mal. Guck. Wow, das liegt an meinem Finger. Wow. Na, möchtest du raus? Ja komm. Komm. Ja, flieg zu deiner Familie. Flieg. Was ist das denn? Guck dir mal diesen Hals an. Das ist Giraffe. Nichts davon ist echt, Mann. Was ist, wenn es echt ist? Was ist mit diesen Tieren passiert? Sie sind ausgestorben. Alle wussten, dass das passiert. Ich meine das ernst, alle wussten das. Die Menschen, die in den 20-20er Jahren auf ihre Umwelt geschaut haben, wussten ziemlich genau, was los war. Hast du schon mal vom Shifting-Baseline-Syndrom gehört? Man gewöhnte sich an die Veränderung. Habt ihr protestiert? Nicht genug. Ey, was soll das? Komm, stell rein! Es gab noch so viele andere Tiere, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und so begann ihre Reise, deren wahre Natur noch im Verborgenen lag. Jungs, wir müssen das veröffentlichen. Was wir sehen, ist unglaublicher Reichtum. Seht euch um. Und ihr seid die Letzten, die das noch können. Aber ihr seid auch die Ersten, die wissen, wie. In den 20ern wurde das Realität. Es war plötzlich nicht mehr etwas, was in ferner Zukunft eintreten würde. Heute ist der Tag. Aber es gibt eine Zukunft. Und hier leben auch Menschen. Euch gehört diese Zeit, wo jederzeit etwas Krasses passieren kann.